24 Tage lang könnt ihr hinter die Kulissen schauen, wie ein brandneues Zimmer eingerichtet wird. Ab dem 1. Dezember 2023 habt ihr die Gelegenheit Benjamin dabei zu beobachten, wie er sich mit der Herausforderung des Möbelaufbaus auseinandersetzt. Wird es ihm gelingen, seine Pläne für sein Traumzimmer zu verwirklichen? Zudem könnt ihr spannende Einblicke in ein Let's Play und traumhafte Momente mit Stefan erleben. Ab dem 1. Dezember 2023 geht es los. Vergesst nicht Buchstaben zu sammeln, um das Lösungswort zu finden und die Chance auf einen kleinen Gewinn zu ergreifen. Ich wünsche euch viel Spaß.